Er hat vorne die Beine weggeschlagen und dann ist der Riesenhund, das arme Paulchen, ist dann mit dem Kopf auf die Erde geknallt und lag dann da auf der Wiese und Kitty ist weiter so, äh, ich bin aber erster. Das war ein Bild für die Götter, wieder so richtig bewusst, das haben wir alle gesehen, die ganze Gruppe. Haben alle gesagt, was hast du denn für einen Hund? Naja, er wollte sieben. Und hier will einer was ganz anderes hier. Ja, wir was anderes. Aber Arben ist doch kastriert, ne? Ja, klar. Was nicht bedeutet, dass die Jungs sie nicht nett finden. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich duftet sie trotz allem noch so gut, vor allem so unerfahren, die Rüden nicht, ne? Nee, 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 das tut sie nicht. Ja, aber warum schreit der denn? Er ist ein Jungspund. Und schließlich war er mit seiner Nase eben ganz tief in den Tränen. Da kommt man schon mal auf Ideen. Aber was ist das? Ich bin ein Rüde, ich will mal einer werden, würde ich mal sagen. Ein halber ist er, ja. Der liegt da, man denkt auch, der abelt schon so. Der ist jetzt langsam mude. Und dann aus dem Lieben kommt der, ne? Der springt ja aus dem Stamm schon, der soll ja gar nicht. Aber du kannst ja nicht verhindern. Ach, ist bei so einem kleinen.